Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch vom Bibelraucher zum Bibelleser, so könnte eine Überschrift über seinem Leben lauten. Dabei sind das nur zwei Punkte, die um viele weitere ergänzt werden könnten. Schreckliche Kindheit, Totschlag, Gefängnis, aber auch bekennender Christ- und Familienvater. Eine spannende Lebensgeschichte, zumindest für die Zuschauer. Er selbst hätte sicher gerne auf das ein oder andere Kapitel verzichtet. Herzlich willkommen, Wilhelm Bunz. Liebe Zuschauer, Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt, Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.